Das Beherrschen der Wellen Teil 2. Das Drama geht weiter, Juli 1915. Wir haben zuletzt Flugzeuge freigeschaltet, unser erster Flugzeugtyp. Hier ein Floatplane Scout, also ein kleines Aufklärungsflugzeug. Die Frage ist noch, wie wir die jetzt genau zum Einsatz bringen, auch engine-seitig. Habe ich das noch nie gemacht. Ich weiß inzwischen, dass man, sobald man Flugfelder hat, dort Staffeln bzw. Geschwader oder ähnliches. Wir müssen uns das angucken, sobald es freigeschaltet ist, aufstellen kann. Und die werden dann automatisch bevölkert von Programmen. Aber darüber hinaus, wir haben noch keine Airbase. Wir gucken uns das dann an, wo ist es hier, wenn in der nächsten Runde da was fertig wird. Aber ich denke mal, diese Floatplane Scouts sind ohnehin eigentlich für den schiffseitigen Einsatz gedacht. Wir machen gerade ganz schön viel Geld. Wir gucken nochmal, ob wir noch irgendwelche U-Boote fertig bauen können. Nein, die sind alle schon im Bau. Und sobald das dann mit der Koblenz hier auch durch ist, die wird auch schon beschleunigt. Also die Bonn ist ja schon das zweite Schiff. Die wird auch schon beschleunigt durch die Pipeline getreten. Gucken wir, dass wir das Geld erstmal sparen für das nächste Großkampffrogramm. Wir sind da ein bisschen hinterher. Wenn wir bei den Italienern reinschauen, die bauen ja gerade ein ziemlich großes Schiff, 28.000 Tonnen. Die Italia, 1916, sollen sie irgendwann im nächsten Jahr fertig werden. Aber ich denke, wenn ich den Geheimdienstberichten Glauben schenken darf, die wir bekommen haben, dass diese ja auch angehalten worden ist, der Bau. Aber die anderen Nationen sind natürlich auch sportlich dabei. Hier haben wir die neue Invincible-Klasse, Schlagkreuzer, 31.000 Tonnen. Auch die Amerikaner sind hier mit 38.000 Tonnen gut dabei. Da möchte ich nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten. Wir haben einiges zu tun. Da ist die Airbase, U-Boot. Die Briten möchten uns was verkaufen. Wir, äh, ne, die möchten kaufen. Ähm, ein Superimposed X-Mount für die leichten Kreuzer. Sollen sie kaufen. Das Geld können wir, denke ich, gut anlegen gerade. Schauen wir noch mal bei uns in die Schiffe rein. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit hier, andere außer Dienst zu stellen. Vier Grimma-Klassen, die sind ja noch relativ neu. 19,8, das ist alles noch im Rahmen. Jede Menge Zerstörer, die es hier wirklich hinter sich haben. Nordostasien. Nordostasien, die Z2. Da können wir die ja schon mal ablösen, hier alle. Fünf Stück sind das. Hier haben wir aber nur 1, 2, 3, 4 geschickt. Scrappen wir die? Also im ersten Teil hätte man die alle, äh, gescrappt. Ich bin aber überlegen, ob die inzwischen aufgrund der etwas komplexeren U-Jagdmechanik noch einen Zweck in Europa erfüllen könnten. Und ich, ähm, bin dazu geneigt, das mal zu probieren. Eigentlich haben wir auch so viele. Ne, komm, wir machen mal ein paar Gelder frei. Wir schicken eine weitere Z2, wenn wir die noch irgendwo übrig haben, hier. Dann rüber, um den fünften auszugleichen. Okay. Die Bonn löst dann einen schweren Kreuzer hier von irgendeiner Kolonie ab. Mal gucken, wo wir das da machen. Vermutlich hier im Südpazifik. Eigentlich ist das noch nicht... Eher sogar hier, äh, wieder ähm, im japanischen Meer, chinesischen Meer. Hier ist es mir nicht wichtig genug. Der Südpazifik. Müssen wir da eigentlich überhaupt irgendwas hinschicken? Ich glaube, ich bin gar nicht so sicher, ob das überhaupt eine Pflichtveranstaltung hier unten ist. Wir lassen die mal da. Jetzt, ähm, möchten uns die Briten auch was verkaufen. Improved Face Hardening für eine anderthalb Million. Nehmen wir. Also wieder Gewichtseinsparung bei, ähm, bei der Panzerung. Wir fahren das hier mal ein bisschen runter. So viel müssen wir auch nicht über die Italiener wissen. Äh, Qualität 0. 12 Zoller. Nicht schlecht. Und hier haben wir jetzt das neue, den neuen Floatplane Scout. Wusste ich auch nicht, dass wir hier noch mal warten müssen. Aber es ist auch ein gutes Stichwort. Dann können wir hier wirklich mal in die Airgroups reingehen. Jetzt haben wir hier genau diese, diese Basis, Base Name. Was steht denn da im Tooltip? Na komm. Base Name plus actual aircraft authorized strength. Was war das dritte? Kapazität vermutlich, ne? Base Capacity, genau. Ähm, schauen wir mal. Select all. Nein. Okay. Macht das Ganze wieder zu. Wie könnte ich denn jetzt hier eine eingeschwader aufstellen? Das wäre mal interessant zu wissen. Oder funktioniert es doch anders, als ich mir gerade denke? Ich hoffe mal schon. Ansonsten wäre ich hier nämlich gerade recht ahnungslos. Aber nochmal, Floatplanes haben ja per Definition keine Rollen, richtig? Die können ja nur im Wasser landen. Ich meine, was in Willemshaven jetzt auch nicht das größte Problem wäre. Aber es kann natürlich sein, dass die Engine hier meint, das ist ein Flugplatz. Und dementsprechend kann man hier auch keine Floatplanes, keine, ähm, Wasserflugzeuge landen. Dann ist es halt so. Ich vermute mal fast, das steckt dahinter. Super. Noch größere Kapazitäten in den Docks. Langsam müssen wir auch mal gucken. In fünf Monaten kommt dann nochmal unsere subventionierte Größe, Kapazität hinzu. Und dann haben wir auch genug Geld, um das hier mal wieder anzugehen. Secondary Turtles für Schlachtschiffe. Das sind die Russen. Sollen sie machen. Okay. Willemshaven hat keine fliegenden Teile. Möchtest du, dass sie automatisch erstellt werden? Ich sag mal nein, weil ich eigentlich ganz gerne... So, jetzt kommen auch die, ähm, die großen Oschis dazu. Gucken wir mal. Okay. Was ist uns bei den Flying Boats wichtig? Die Reichweite. Übrigens habe ich auch nachgeschaut, was hier Light, Medium, Heavy, bedeutet, das ist eigentlich relativ klar. Nämlich entsprechend der Bombenlast, ähm, reduziert sich die Reichweite. Ich war mir aber nicht darüber im Klaren, dass es überhaupt geht im Spiel. Das war mir neu. Aber es ist ja an sich ganz einleuchtend. Ich weiß noch nicht, inwiefern die, ähm, die Seefernaufklärer hier überhaupt Bombenlast mitnehmen können und welche dieser Reichweitenbänder jetzt eigentlich für den, für den Normalfall gilt. Aber auch da werden wir sicherlich dann, äh, sehen, wie das Ganze funktioniert, sobald es soweit ist und schief geht. Also, Range, Medium, wer kommt hier am weitesten? Da haben wir die 133 Meilen. Ebenfalls von Blom und Voss. Äh, das hier war was? Maneuver. Toughness 7, auch recht hoch. Dafür ein bisschen langsamer als der Rest. Aber damit kann ich leben. Den nehmen wir. Nichts Interessantes. Jetzt nochmal zurück zu den Airgroups. Vielleicht sieht ihr ja was, was ich nicht sehe. Ah, Rechtsklick. Add Air Unit. Floatplane Scout. Dann machen wir doch mal die 20 voll, oder? Naja, gut, wenn wir jetzt bald die Seefernaufklärer bekommen, dann machen wir doch lieber mehr Fernaufklärer. Das scheint mir irgendwie sinnvoller für so einen Stützpunkt. Dann machen wir hier erstmal 7 und dann haben wir noch 13 Plätze frei für die Fernaufklärer. Warum nicht? Ja. Super. Haben wir das auch mal geklärt? Das wird sicherlich interessant. Bonn. Okay, irgendwelche neuen Technologien im Bereich der Sprengtechnik. Das soll uns auch recht sein. Machinery Development Wet Heater Engine für die Torpedos. Base Fuse enables SAP Ammo. Ich glaube, die Munitionssortenwahl entfällt sowieso automatisch in den absoluten Normalfällen. Zwei Monate, bis das nächstgrößere Dock fertig ist. Unsere Spione wurde in Italien gefangen. Den machen wir natürlich dem Nationalhelden. Jetzt können unsere... Hm, super. Noch mehr Geschützverbesserung. Unsere Luftschiffe können Bomben tragen. Die Spannung ist ein bisschen gestiegen, aber das ist alles noch vertrag, verträglich. Jetzt haben wir genug Geld. Ich denke, wir haben genug Geld, um mal zu schauen, ob wir es schaffen, zwei Schlachtschiffe durchzukriegen. Wir lassen das ganze Auto designen. Wir haben noch einen Monat. Ich glaube, können wir denn jetzt schon die Größe sozusagen auf die zukünftige Dockgröße anpassen? Ich glaube nicht. Wir warten noch mal einen Monat. Ich glaube, das verkaufen wir nicht. Das verkaufen wir nicht. Das ist mir zu wertvoll, hier die Wasserflugzeuge zu proliferieren. Das ist mir zu riskant. Okay, jetzt aber. Mehrere Dinge. Wir haben die Bonn. Wo ist sie? Hier. Wir haben gesagt, die schicken wir rüber nach Japan. Die schicken wir nach Japan. Wo ist es? Northeast Asia. Und jetzt sind wir hier wieder. Design Battleship. Das machen wir erstmal automatisch. Gucken wir uns das Ganze an. Ich hätte ganz gern. Genau, die großen Kaliber. Hier die 16 Zoller. Was ist denn das übersetzt? Was haben wir vorhin? 14 Zoller und 35 Zentimeter. 16,40 Zentimeter. Das ist schon mächtig. Wir sind bei 31.000 Tonnen Displacement. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu klein, dafür, dass wir jetzt die die Docks nochmal ausgebaut haben. Aber wir können ja mal schauen. Holstein-Klasse soll es sein. Wir können ja mal schauen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Türme mit jeweils Drilling. Das sind dann ja auch 12 Geschütze. Nicht schlecht. Wir haben ein Gürtel von 12 Zoll. Wir haben Ölbefeuerung. Eine Short Range. Die möchte ich ganz gerne mindestens auf Medium erhöhen. Wir haben eine Belt Coverage von Normal. Das ist auch gut so. Belt Extended 3 Zoll. Ich tendiere dazu, dass im Nachhinein noch ein bisschen was übrig ist, höher zu drehen, weil diese 3 Zoll haben es, glaube ich, der Königsberg recht schwer gemacht. Deck. 3,5 bitte. Deck Extended. 1,5. Cunning Tower 10 passt. Turrets. 12. Turret Top. 5. Wir können alles wieder runterstellen, wenn wir merken, das geht am Ende einfach nicht auf. Secondary ist 5 Zoll. Das ist mir auch in Ordnung. Mir recht. Hier drüben brauchen wir mehr Munition. Das kriegen wir nicht mehr unter. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Director. Zwei Stück. Was besseres haben wir auch noch nicht. Cross Deck Fire brauchen wir nicht. Secondary Guns und Tertiary Guns. Hier haben wir jetzt die 4 Zoller verbaut. Das ist okay. Okay. Und. Oder 6 Zoller. Ja. Oder wir gehen mal auf eine größere Sekundärbatterie mit 5. Wir können mal gucken, was da passieren würde. 9 Zoller haben wir uns ja auch. Qualität 1. Machen wir hier 5 oder 4. Für die Zerstörerabwehr. Sagen wir mal so viele. Secondary Guns. Case. Jetzt nochmal Doppeltürme. Eher hier 8 Stück. Also 2 mal. Es kriegen wir glaube ich nicht mehr unter. Können wir hier schon mal hoch gehen. So. Ein bisschen klicken. 39.000 Tonnen dürfen wir. Ne. Es ist hier schneller. Genau. Zack. 39.000 Tonnen. Immer noch 5.000 Tonnen. Zu viel. Das geht natürlich nicht. Kriegen wir nicht hin. Aber okay. Können wir mal hier anfangen. Ein bisschen. Das ist ein bisschen zu dolly hier. Denke ich. Machen wir 3,5. Hier gehen wir auf die 3. 12 Zoll. Belt. Belt extended. Gut. Turds. Also weniger als der reguläre Gürtel darf es eigentlich nicht sein. Wir können eher den Gürtel runternehmen als die Türme. Mal 11,5. 23 Knoten. Das ist auch nicht irre viel. Eine höhere Trapedodefense haben wir auch noch nicht. 3800 Tonnen. Ich bin dazu geneigt, die Geschütze hier ein bisschen, die Geschützanzahl rumzunehmen. Wenn wir hier zwei Doppeltürme reinsetzen, anstatt der Drillinge, dann haben wir immer noch, was sind das, 6,10 Rohre, 40 cm. Das macht immer noch mächtig Peng. Es ist nicht so, dass mir das große Sorgen bereiten würde, wie das Schiff hier austeilt, wenn wir es so ausstatten. Wir nehmen das mal runter hier, den hier und den hier und sagen, nee, den wollte ich eigentlich nicht hier, stopp, Aft, den Drilling, bitte. So, dann ist der wieder da und ich wollte den hier rausnehmen. Was, wenn wir Aft und Forward Superimpose nehmen? Die wiegen natürlich mehr wegen dem Sockel, wegen der Barbette. Können wir mal gucken. 1800 Tonnen. Nee, es ist schon mächtig übergewichtig, ne? Clear Turrets Add. Wir machen mal nur Zwillinge. So, da hätten wir es. Achtmal 40 cm. Wir haben ja zu Beginn des Spiels eigentlich auch gesagt, dass wir hochwertiges, weitreichendes Feuer ausliefern möchten. Und das würde ja ins Konzept passen. Das Einzige, was mich hier stören würde, wäre, soweit, was ich jetzt so überblicke, die schlichte Anzahl an Hauptgeschützen. Aber dafür machen die halt auch mächtig. Wumms. 761 Tonnen drüber. Wenn ich jetzt einen Blick auf die Panzerung werfe, 23 Knoten, ist okay. Gürtel 11,5. Verdextendet. Jetzt können wir da nochmal ein bisschen was machen. Im Prinzip ja schon. Gun Data. Wie sieht denn das hier aus jetzt? Wir können auf eine sehr hohe Entfernung, 3,9 Zoll durchschlagen. Das heißt, ein ähnlich bewaffnetes Schiff könnte mit unseren 3,5 Zoll hier schon seine Spielchen treiben. Aber das geht nicht. Wir kriegen es nicht auf die 4 erhöht. Warum passt es jetzt nicht? Achso, hier ein halber Zoll zu viel. Wir könnten ja zumindest gucken, ob wir die Türme selbst nochmal ein bisschen dicker machen können. Das geht. Und dann könnten wir uns auch vor ähnlichen Kalibern, ähnlicher Qualität schützen, was zumindest die Türme selbst angeht. Wir haben 16 mal 10 Zentimeter, 8 mal pro Seite. Zerstörer können wir uns damit also auch vom Leib halten. 8 Hauptgeschütze. Hm, kann ich mit leben. Die 9er haben wir auch noch. 8 Stück. Das ist ja auch nicht völlig irrelevant. Das ist ja keine kleine Geschützbatterie. Die Secondary ist 5 Zoll. Man sagt so, in dem Spiel 7 Zoll und größer an Secondary können auch explodieren. Und Großschaden verursachen. Das heißt, die Panzerung der Sekundärbatterie ist jetzt umso wichtiger. Aber ich glaube, so ein Designer haben wir noch nie gebaut. Ich glaube, mit 5 Zollpanzerung sind wir damit recht gut bedient. Ja. Okay. Ich denke, das nehmen wir so. Wir fragen mal, wie sieht es aus. Alles okay. Speichern. Kostet uns 8 Millionen und braucht nochmal 4 Monate. Okay. Mhm. Super, die 7 Scout Planes haben wir jetzt auch schon. Super. Und wir haben die Pläne der Invincible. 15 Zoll 8 Mal. Na super. Seht ihr. Also. Wir haben 8 Mal 16 Zoll. Die haben 8 Mal 15 Zoll. 11,5 Zoll Panzerung. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was wir zum Schluss hatten. 2 Zoll deckt. Sind bestimmt schneller. 28 Knoten. Ja. Das ist natürlich. Das merkt man dann schon. 5 Zoll Sekundärbewaffnung. Mhm. Können wir mal klarkommen. Die sind nur schneller als wir. Das ist alles. Vermutlich haben wir jetzt auch wieder Torpedo-Lafetten, weil ich die nicht rausgenommen habe. Und die KI ja ganz gerne mal welche reinsetzt. Okay. Aber wie das weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Schreibt mir eure Gedanken. Und ich hoffe auch, diese Folge wird mal wieder in 1080p ausgeliefert. Entschuldigung nochmal für die paar Folgen, in denen es nicht so war. Aber umso besser, als ihr dran und lieben seid. Also. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Passt auf. Ja. Auf. Tschüss. 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 Tschüss.